Die Top 5 Opel Schlüsselanhänger. Lassen Sie sich inspirieren. Ich bin sehr zufrieden mit meinem persönlichen Kennzeichenschlüsselanhänger von Black4CK Print. Die individuelle Gravur mit meinem Namen und dem Nummernschild sieht sehr hochwertig aus und macht den Anhänger zu einem einzigartigen Accessoire. Die optionale Geschenkbox ist ein nettes Extra und eignet sich perfekt als Geschenk für Autofans. Der Anhänger ist sehr robust und hält problemlos täglichen Gebrauch stand. Ich kann den Black4CK Print Schlüsselanhänger jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem personalisierten und hochwertigen Merchandising-Produkt für sein Auto ist. Ich habe kürzlich den Glitzkind Herz Schlüsselanhänger Pass auf Dich auf in Rosé gekauft und ich liebe ihn. Der Anhänger ist wirklich wunderschön und sieht toll an meinem Autoschlüssel aus. Der Schutzengel Engel Anhänger ist ein süßes Geschenk für Frauen, Freundinnen, Mamas oder Töchter und ist perfekt für Geburtstage, Weihnachten oder zum Führerschein. Die Qualität des Anhängers ist auch sehr gut, er fühlt sich robust und langlebig an. Ich würde diesen Anhänger auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe kürzlich diese Kohlefaser-Autotüreinstiegsschutzaufkleber von Opel gekauft und ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die Einstiegsleisten sind einfach zu installieren und passen perfekt auf meine Autotüren. Sie schützen meine Türschwillier effektiv vor Kratzern und Abnutzungsspuren und geben meinem Auto ein stilvolles Aussehen. Ich liebe das Logo-Design, es gibt meinem Auto einen zusätzlichen Touch von Eleganz. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Produkt und würde es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer einfachen, aber effektiven Möglichkeit ist, sein Auto zu schützen und zu stylen. Ich habe diesen Metall-Autoschlüsselanhänger für meinen Opel gekauft und bin begeistert von der Qualität. Die schwarzen Ventilkappen mit dem Opel-Logo machen meinen Wagen noch individueller. Das Zubehör ist nicht nur praktisch, sondern auch ein tolles Geschenk für Männer und Frauen, die Opel-Fans sind. Die Lieferung war schnell und problemlos. Ich kann diesen Schlüsselanhänger und die Ventilkappen jedem Opel-Besitzer empfehlen, der sein Auto aufpeppen möchte. Ich habe diese Leder-Auto-Schlüsselanhänger für meinen Opel gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie sind langlebig und sehen sehr stylisch aus. Die Metall-Auto-Reifen-Ventilkappen sind auch eine tolle Ergänzung dazu. Der Preis für das 4-Stück-Set ist sehr vernünftig. Ich würde dieses Produkt jedem Opel-Fahrer empfehlen, der einen neuen Schlüsselanhänger sucht und etwas mehr Pepp an den Rädern möchte. Sowohl Männer als auch Frauen werden von diesem Produkt begeistert sein. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.